Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, mein Vermieter macht die Heizung erst auf den Tag genau am 1. Oktober an. Oder anders gesagt, das lässt viele in eurem Haus kalt. Nicht lustig. Ich frieh mir nachts voll einen ab. Ja, es ist so frisch geworden, die FDP würde am liebsten Robert Habeck verheizen. Ja. Einmal die 4 und eine Wärmflasche. Momentchen mal bitte. Stefan, ich will ja nicht sagen, dass unsere Wohnung schnell auskühlt. Aber gestern Morgen hat Skrett das Eichhörnchen aus Ice Age ne Eicheldurchschlafzimmer gerollt. Also die älteste bekannte Warmwasserheizung wurde 1716 von einem Schweden für ein Gewächshaus entwickelt. Anke, du bist ja wie ne Heizung im Sommer. Hä? Du blubberst vor dich hin und hängst nur nutzlos rum. Oh, macht 6.333 Euro. Sammeln Sie Gefrierpunkte? Haben Sie eine Bofrostcard? Oder sind Sie im Annette-Frier-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.